Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Minecraft weiterhin mit Jan. Und dann musst du mal ein Spiel neu starten. Das ging ja mal gar nicht mehr. Das war kaputt. War kaputt. Voll im Arsch. Ja, Jan hat gesagt die Kiste ist voll. Wahrscheinlich sind auch die ganzen Trichter noch voll, ne? Ja, die sind leer. Echt? Ging das jetzt schneller oder was? Achso. Sag also auf der Kiste drauf hier. Ach du Scheiße. Ja, ich nehme mir mal ein bisschen Samen mit und geh mal besamen, ne? Ich wollte es besorgen sein. Ja. Hihihi. So. Ja, wir gehen jetzt Felder bestücken und dann bauen wir das andere, ne? Ja. 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 Heute bin so müde, ich gehe da schlafen. Echt? Ja. So schlimm? Ja. Wenn ich dann auf mein Bett gucke und das einfach, ich führe mich da auch einfach rein, ne? Ja. Muss ich heute Nachmittag schon wieder alleine Arma spielen. Haha. Ja. Ich bin dann überlegen, ob ich mir die Add-Ons nicht noch hole für Arma. Weil du für altes die ganzen Add-Ons brächtest, in dem Sinne, ne? Ich glaube, ich hab die alle gar nicht. Ja, du kannst auch drauf spielen ohne die. Aber ich hätte schon die neue Grafik gerne von Arma. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil hast du dir mal Videos angeguckt? Puh, das sieht echt schon gut aus. Nein. So muss ich ganz ehrlich sagen. Also cool sieht das echt schon aus. Puh. Wir haben irgendwo eine Hexe, Maka. Da fällt. Bis oben hin hast du gesagt, ne? Lecker. Rote Meter. Das, ja. Kann man die eigentlich essen? Ne, ne? Ja. Doch. Okay. Ich hab mal kurz Hunger verloren. Jetzt rote Meter. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um. Um, um. Um, um, um. Um, um. Um, um. Um, um. Um, um. Um, um. Um, um, um. Um. IEL-boost. Ne war Spaß. Hey, fahrgaldna? Rote Diäte ist ein. Ahah. Da war gleich eine Wirkung wie in Steck gezeigt. Dann. Ja, von einer Seite wäre das aber schon. Cool. Oh, Turns was jetzt eigentlich davon wenn wir hier kisten aufstellen und eine doppelkiste für weizen eine für kartoffeln eine für rote beete ja warum nicht du kannst ja die mühle in dem sinne nutzen für essen so war es doch eh geplant in dem sinne dass die mühle für essen ist das wort hier wenn ich jetzt auch gar nicht so verkehrt wenn ich ganz ehrlich bin das war überhaupt mal irgendwie ein bisschen unterschied haben weißt du nicht ja ich gehe ins lager hol mir da essen ich gehe ins lager hol mir dies gehe ins lager hol mir das also keine ahnung weizenfelder machen wir jetzt zwei nur noch zweimal kartoffeln zweimal rote beete zweimal karotten zweimal weizen ja weil wir ja vorher immer mehr gemacht hatten reicht dann auch alter das ist jetzt schon so viel was da unten in der kiste ist nur wenn ich überlege wir waren jetzt so lange weg ich brot war ja eh leer also ich habe noch neun brot bei mir ja muss mir vor allem was neues herstellen ja ich muss aber auch ganz ehrlich sagen ich finde die felder irgendwie total gut dass sie auch so groß sind so kriegen wir wenigstens was auf die reihe ne müssen wir nur noch die welt anpassen nach und nach wir kriegen das alles schon irgendwo schissen mache ich mir auch nicht einfach spielen spielen und spaß haben hier das ist ja das was unsere devise ist hauptsache wir haben spaß bei der ganzen sache ich habe spaß ich habe spaß dass ich unbedingt noch spielen will ist die wolf alter wir wollten unbedingt am wochenende die wolf alle spielen alter weil es da hat sich runtergeladen jeder von uns wir hatten sogar richtig fünfer gruppchen und schon gebaut und was weiß ich nicht alles um was ist uns geblieben wir haben nicht gespielt leute ja ich habe ihn natürlich wieder um 21 uhr verpisst ärgerlich gerade wenn ich ganz ehrlich bin aber wenn wir uns das extra in der woche am mittwoch oder sogar am dienstag schon vorgenommen hatten ja dann machen wir uns einfach nicht ja ich auch hast du schon rote beete oder so gepflanzt nein ne was soll nach dem kartoffeln nehmen wir rote beete ne jetzt 51 stück nur weißt was du unten noch für ne kiste hinstellen kannst ne hacke für hacken ja 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 so hier kommt der ganze weiten so rote beete dann würde ich einen freilassen und dann würden karotten kommen alter dass ich immer rumbacke oder füllen ne ja ja komisch irgendwie diese hexe ne macht mich nablo im kopf gerade ich denke mal meine mutter kommt alter die lacht auch so dann kriegst du Angst mach mir die weizenkörner kommen die auch in die weizenkiste rein oder so ne ich würde extra kisten machen für samen weil wir ja wie heißt es wir haben rote beete samen und weizen samen ja und melonenkörner ja aber die kommen ja hier nicht aufs feld da kommen ja wieder ein extra feld für denke ich hast du gesagt ja rote man jetzt los der packt wieder rum ach ich muss schlafen schon wieder so schnell ey ja keine ahnung sind auch schon wieder acht minuten rum also das ist echt krank dass die zeit läuft ja der roh irgendwie falsch oder so ne ne wie so ein speed boost welthack an oder so und ich hab nichts gemacht weißt du ich hab jetzt grad ein bisschen hier gepflanzt in dem sinne hab ich bis jetzt die folgen überall eh nicht viel gemacht ich hab die wege gemacht hab ein bisschen das dach gebaut du bist ein bisschen vorangekommen mit der mühle aber das war's echt wahnsinn ich minecraft ist wirklich gefährlich alter weil ich bin auch der ich liege ich finde auch minecraft ist so so ein projekt oder so allgemein ein spiel wo du online gehst und wenn du nicht aufpasst ist der tag rum sowie ls ls angefangen ls 15 leute angefangen 15 uhr 48 23 uhr und ein bisschen aufgehört einfach so einfach einfach ja ein sniper du schießt auf mich wir spielen ja auch privat minecraft leute und was ich schwer heftig finde ist wenn du auf schwer spielst dass die scheiß skelette rüstungen an haben die mother fucker ja und dann brennen die nicht so die tut also ein auf arschloch ja klein fickers so wie karotten haben wir noch und sind da noch mehr ja ja haben doch bisschen ja 4 stacks echt ja dann gehe ich runter und mache karotten ey man ich kann kotzen echt jetzt ohne scheiß dann mache ich äh karotten mehr also bis oben hin voll also wirklich zwei reihen rote beete weizen kartoffeln hoppen du scheiße alter da haben wir echt noch viel von äh ich und ne hast du ne hacke ja dann gib mir mal ja hier ich schenk dir das ach viel schön wo ist die hacke da dankeschön ja ich brauch nen platz da nicht rüstig ah 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 Hhhhhhh Ha 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 Ja bitte Aber ich finde, dass es draußen so warm ist, geht es heute bei mir im Zimmer? Ach, bei mir gerade nicht so. Echt nicht? Äh. Bei mir geht es echt. Oh, ich gehe gleich Battlefield erstmal zucken. Was? Ja, klar. Ich bin umbericht. Warum? Ich glaube, ich kann das jetzt schon unglaublich in 69 Grad. Jetzt komm nicht du mit 3, 4, 5 Grad um, mein Gott. Nein. Oh, nicht mit 25. Nein. Wahrscheinlich einfach Minusgrade. Nein. Ich brauche Kisten für... Wir haben die hier hinten. Wir packen die hier. Soll ich denn jetzt auf ein Schild schreiben? Samen? Ja. Entwicklungsmaterial? Oder... Äh, ich schreibe es da drauf. Mutters Liebling. Ey, das ist supervers. Das ist supervers, aber Samen schreiben, oder was? Ja. Ja, nee, ist klar. Ja. Das schreibe ich drauf. Was hast du jetzt geschrieben? Nix. Doch, muss ich wissen. Ich muss ja die Folge so benennen. Kannst du gleich mal angucken. Okay. Ja. Oh, pass mal alles drauf. Jawohl. Zack. So Karotten habe ich dann auch zwei rein. Jetzt müssen wir zwei rein Kartoffeln, ne? Kartoffeln, Karotten. Was hast du jetzt drauf geschrieben? Wo ist denn die Kiste? Geh doch da. Samenverbreitung. Ui. Rote Beete, Kartoffeln, Kartoffeln, ja. Ne, Karotten, Kartoffeln. Aber davon haben wir aber zu wenig. Davon kriege ich aber noch nicht zwei rein voll. Oder hast du welche weggefressen schon wieder? Nein. Ich glaube an... ...albes Hungerartell da. Also Kartoffeln sind wir gerade echt wenig bei rumge... Also es ist echt wenig bei rumgekommen. Echte Ernte. Ja, ein Stack und 39 ist doch echt wenig. Hatten wir anscheinend noch nicht viel davon. Angepflanzt. Ja, oder war vielleicht nicht ganz fertig die Kartoffeln. Das kann natürlich auch sein. Aber egal. Ach, stimmt. Wir haben geerntet und... ...wir brauchten eh Weizen. Boah, dass man so rumpackt auf dem... ...auf dem Feld, verstehe ich nicht. Ja, das ist kacke. Ja, aber woran liegt das? Genau. Weil es ist ja ein ganz normaler Erdblock... ...äh, Block immer. Ist ja nichts anderes. Nur ein bisschen tiefer. Ja, also... ...die ich nicht. Weil man versackt... ...also die Füße, als wenn sie... ...also wenn die umwandeln sich, ne? Der Block. Also von... ...umgewühlt in normal in dem Sinne. Also... Keine Ahnung. Ja, jetzt hätten wir noch zwei Reihen frei. Ach, jetzt fehlt mir noch rote Beete, oder? Habe ich rote Beete schon gepflanzt? Karotten, Kartoffeln. Was ist das hier? Das ist rote Beete. Ja, Brotter. Alles geil. Dann habe ich ja doch schon alles gepflanzt, oder was? Also, zwei Weizen, zwei Karotten... ...äh, zwei... ...äh, rote Beete, zwei Karotten, zwei Kartoffeln. Dann bleibt eine Reihe über, Jan. Wir müssten drei Weizen machen. Beim nächsten Mal. Okay? Dann geht's genau auf. Aber jetzt ist mir scheißegal. Jetzt bleibt das so. So, wir sagen auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!